moin moin leute und herzlich willkommen hier zu einem kleinen ankündigungsvideo ich habe heute vor so gegen 17 uhr auf eu1 ein convoy zu machen das ist der scania convoy und ihr könnt da mit fahren wenn ihr wollt ihr müsst halt ein scania truck haben eine scania lackierung oder irgendeine lackierung die euch gefällt am besten hintergrundfarbe weiß und dann ein giga liner scania giga liner und die route sieht denn so aus man startet hier bei dem scania lagern bei ihr seht es ja hier da treffen wir uns um 17 uhr also wenn dann sollte die auch alle eure hier aufträge annehmen beziehungsweise scania hänger giga liner und wenn ihr keins nach malmö habt müsst ihr die route auf malmö legen dass ihr diese route wie ich hier habe nach malmö und das ist ein convoy und ihr wollt könnt ihr mitfahren ich hoffe ihr fährt auch mal das sind 508 kilometer nach meiner uhr hier und ja deswegen bitte ich ja immer einfach sagen bis 17 uhr auf eu1